Scheiße, mein Handy. Lautlos. Lautlos! Oh, ich muss starten. Sorry! Ja! Jetzt muss ich nur vor dem Stern landen, sonst rast ich ja aus. Nein! Kann man überhaupt hinter dem Stern landen? Nee, kann man gar nicht. Okay. Ja! Da ist er! Da ist der erste Stern für den Meister, ey. Meister Kopf. Nicht cool. So! Du würdest den ersten von so einem Eindrücken kriegen. Ja! Dann wäre ich aber ziemlich blöd. Wo war ich wieder in Führung? Gut, ich war vorher auch schon in Führung, aber jetzt noch mit bisschen Abstand. Und wir schauen wo uns... Ah! Da bin ich ja auch im nächsten jetzt, ne? Kacke. Wir müssen also quasi wieder auf die erste Plattform, denn da gibt's den nächsten Stern. Und ich flieg schon mal nach drüben. Bin ja schon fast da. Nur die Plattform, dann hab ich's doch. So oben bitte. Oben links. Ohohoho nein! Das war schlecht. Oh ne 5, das ist aber stark. Ganz starker Wurf von Yoschi. Reicht mir aber. Reicht dir? Ja. Schau an, wo du landest. Oder willst du den Stern klauen da? Oder willst du den Stern klauen da? Alle Wochenrechts fett sich Münzen oder so. Nein! Das ist aber Minisch. Ne, doch nicht. Ach ne, das ist ja auch dieser Verschieber-Button, wo man dann von anderen Leuten die Münzen tauschen kann oder sich Münzen klauen kann. Oder auch selber verlieren, wenn man Pech hat. Bei diesem Ausrufezeichen. Oh nein. Hat sie genug Münzen für den Stern? Weiß ich nicht. Scheiße, ja hat sie. Nein, du Schlampe! Oh nein, ey! Oh, ich liebe das Spiel. Oh, ich hasse es so sehr, ne? Das geht ins Spiel, Mario. In allerletzten Saison nicht mehr, da gibt es ja keine Sterne mehr, aber... Oh, da gibt es jede? Das ist so bitter, ne? Das ist echt böse. Ja, das ist halt ein Glücksspiel, wenn man so sagt. Aber... Ja. Also wenn es um die Sterne jetzt geht, ne? Oh nein. Jetzt schenkt sie mir den Stern wieder zurück, geil. Schankstag! Oder mir. So, mal schauen, was passiert. Den ersten... Wario. Ja, jetzt schenke ich ihr noch alle meine Münzen oder so. Wario und Yashi. Was passiert zwischen uns beiden? Wow, wir tauschen unsere Sterne. Oh, jetzt hätte sie die nicht geklaut, dann hätte ich jetzt richtig... Dann hätte sie jetzt einen Stern. Ja. Dann hätte ich dich angemotzt und du willst nicht mehr was dafür bezahlen. Blöde Schlampe hat er 40 Münzen. Ne, 50 Münzen. 40, weiß gar nicht. Oh, alle gegen mich, das ist schön. Kann ich euch mal richtig schon fertig machen? Ja, sauber. Chaos Bowling. Da müssen wir gar nichts machen. Springen müssen. Ja, ihr könnt ausweichen. Ihr könnt es ja suchen. Ich muss kurz gucken, wie das bei mir funktioniert. Bewegen, zielen, werfen. Ich glaube, kann ich sie dann noch... Ja genau, dann kann ich ihn auch noch bewegen, während er rollt. Okay, bereit? Ja. Okay. So, ich hab mal die Strecke jetzt nicht allzu schwer, sonst... Ich knall wahrscheinlich... Ich glaub, es ist in der selben Strecke, aber ich glaub, ich knall bestimmt gegen das Ding. Oh Mann, ich knall das überhaupt nicht. Wow, 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 wow. Ich hab mich extra so hingestellt, dass ich gar nicht verlockend war. Ja, sag klar, man nimmt sich natürlich, wo zwei Leute stehen, ne? Ja. Auch wenn ich fast zu dir gegangen wäre, aber egal. Das ist für mich keine Gefahr in diesem Spiel. Aus purem Hass, ne? Ja, aber du bist ja keiner Gefahr in diesem Fall, also. Scheiße, der Affe. Der Affe kann mal schön zu ihm bleiben, ey. Nullmünzen. Ach ja. Ja, Abzug für den Affen? So, ich würd jetzt schon gerne direkt drüber... Scheiße. Oh nein, ist das ne Abkürzung, wenn ich zur Bowser gehe? Mach das doch mal! Einmal. Schaltet doch nicht. Oh, ist das langweilig. Langweilig. Ja, mach du doch gleich. Arschloch. Das wollen die Leute doch sehen. Ja, dann kannst du das dann machen. Piss. Ne, komm. Mach ich auch. Ja? Ja und? Ich fände nicht, als wenn ich noch gewinne. Weil es drin. Ich glaub, da musst du halt Glück haben, wo du landest. Wenn du Glück hast... Landest du direkt vor der Kanone, dann bist du wieder am Start. Und wenn du Pech hast, landest du bei Bowser und musst du einen schwarzen Stern abkaufen, glaube ich. Oha. Oder kannst du sogar ausruhen, das wär Quatsch. Du musst rechts landen. Ne, hä? Wie kommen wir denn überhaupt wieder zurück? Wahrscheinlich musst du am Bowser vorbei und ein. Nein. Scheiße. Habe ich nicht so richtig, äh... Kriegst du doch einen Stern? Ne. Ach, egal. Das ist Zufall. Ne. Aber warum sollte man das denn machen? Jetzt muss ich das nächste Spiel gewinnen, komm! Ja, dann hast du natürlich alles richtig gemacht, wenn das so klappt. Ja. Ist da eigentlich jemand anderes landet vorher da? Zum Beispiel die Schlamm... Ah, ne, ich schaff's nicht. Oder sie zieht die hin. Wieder zurück. Hahaha. Ah, sie hat gar kein Geld. Sie hat kein Geld, sie hat kein Geld. Oh, ah ja, ich hab ja den Rest abgezogen eben. Oh, da ging Yoshi. Oha. Oh, okay. Ja, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, scheiß, das sieht richtig gut aus. Kacke. Der Fluss nicht runterfallen, ne? Ja. Puh. Wir können Reste sammeln hier. Also, ja, schieß oben drauf. Kann die Münze einsammeln, die runterfallen. Die kriegen wir. Wenn wir Glück haben. Oh nein. Oh nein, der hat ja schon zusammen die 10, oder? Alter, der lässt auch fast nichts runterperlen hier. Das gibt's ja gar nicht. Oh, das ist echt... Oh nein, das ist das Böse. Nein. Der hat alles richtig gemacht mit seiner Bowser-Taktik, ey. Das glaub ich ja nicht. Das hätte immer geil, ne? Tja, also viel zu meiner... Aber dann ist meine Frage beantwortet. Warum sollte man das machen? Ja, man wusste ja nicht, was jetzt kommt, ne? Kann ja auch sein, dass du irgendwie... ...alles verliert, oder... ...keine Ahnung. 29. Oh, 29. Oh, ist das kacke, ey. Es sei denn, ich schaff's irgendwie vorhin. Na, das wird sehr knapp. Theoretisch machbar, aber da müsste ich jetzt immer schon eine hohe Zahl würfeln, ey. Ja! Oh, jetzt muss ich aber... Ich glaub, jetzt muss ich gut landen, oder? Also, ich hab schon recht gute Chancen jetzt, den Sternzug holen. Ah... NEIN! Ja! Oh, die Stammenspray ist so groß gerade, ey. Oh! What the fuck! Oh, wie knapp genau ein Feld dahinter, ey. Ja. Richtig cool, ey. Oh, nein, ey. Jetzt rüppst du mal ab, du schenkst die Pilze und kommst noch... Nee, hoffentlich kommt der Stern jetzt gleich auf meine Insel, ja. Oh, wird schon wieder ganz gut aussehen. Drücken ein, drücken ein, damit es spannender ist. Das wollen die Leute sehen, wie die... Nein... Na, wer ist denn jetzt erst da? Ja, noch bist du erst, aber das... ...wird nicht lange halten, da bin ich mir sicher. Was hat er gesagt? Pausenlos irgendwas. Ich weiß nicht, jetzt erinnert sich der Sternstandort in Pausenlos? Nee, das kann er grad sicher nicht. Oder bei dir schon was anderes als bei mir. Du möcht' ich auch nicht ausschließen. Ähm... Ich hab's nicht gelesen. Zeig mal so. Schau mal kurz. Runde 10. Die Hälfte. Die Hälfte haben wir geschafft. Ist doch schön. Oh, Peach. Oh, ne. Die Schlampe. Oh, wie ärgerlich, ne? Oh, da ist auch schon ein, du... Vogel. Vogelfau. Äh? Doggy Kong? Nächste Runde. Scheiße, ja, der hat's denn... Ja, der hat ihn. Der hat ihn! Und wer hat keinen da macht? Nach der Runde? Hehehehe. Glöckgrün... Großes Tau ziehen. Vielleicht können wir ihn jetzt bis um das Acht ziehen, aber... Oh. Wie lädt er 15 Stück, würde er verlieren? Reicht das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht helfe ich auch einfach gar nicht mitzuziehen. Drehen. Oh, nein. Das aussieht auf dem kleinen Bild da. Oh, meine Hand... Meine Hand schon wieder, die ich... Oh, okay. Komm. Ich drehe nicht an, ey. Er verliert 15 Münzen dann. Ah, strengen! Gewoll! Alter! Dreh! Junge! Ey, ich mach's doch schon! Nein! Meine Hand... Oh, tut das weh! Dreh doch mal! Ja, ich dreh doch die ganze Zeit! Dreh schneller! Oh, vielleicht fall ich runter. Alter! Nein! Ich hab so schnell gedreht, wie es geht. Ich glaub, Peach hat irgendwie versagt. Oh, das ist böse, ey. Boah, meine Hand tut weh. Die Handfläche ist schon wieder rot, ey. Ich glaub, ich muss morgen zum Arzt. Oder jetzt am besten. Ja. Weil sie zu viel gewixt hat! Hat er denn da? Nein, ich hab Mario Party gespielt! Ja, ja, ist klar. Hätt's sogar gereicht, ne? Oder? Ja, das... Na... Ich weiß es nicht. Ich geh doch zu Bowser. Oder ihr würdet auch gerne mich da hinbringen können, also... Er macht alles falsch. Ich, ne? Bring ihn mal hierher, das wär ich nicht. Na, wir kriegen ihn aber nicht mal runter, das schon nicht. Ne. Oh nein. So zum Beispiel gar nicht. Ne, so schon mal überhaupt nicht. Bittere Geschichte, auf jeden Fall. Ja. Hauptsache ich komm gleich zum Geist und kann jemand einen Stern klauen, ey. Ach ja. Geil. Das hat's vorgebracht, Junge. Nach Chancetime hätte sie auch nur gewinnen können hier. Oh, schon wieder gegen den Affen. Jawoll! Ach so, ja. Kriegen wir da genug... Ne, so viele kriegen ihn nicht abgezogen. Das schaffen wir nicht. Wie war das? Bewegen und Angreifen, ne? Ja, genau. Ja, wir müssen den dicken Donkey Kong jetzt totpugeln und dabei verliert er dann jedes Mal Münzen. Wie können die sie dann einsammeln? So, das ist mal der Erste. Erstmal... Erstmal... Wir müssen erst mal Platten machen, ey. Ja. Münzen sammeln eigentlich zweitrangig. Hier, ich hab eh genug. Fack, Mann. Jetzt. Ah, scheiße, was war ich nicht? Boah, hat er wieder selbst eingesammelt, der Sack? Hat er? Ja, ich glaub schon. Ich dachte, ich hatte. Nee. Ist auch so, als wenn sein Punktgestand wieder aufgegangen wäre. Ja, stimmt. Immer noch 19 zu... äh, 20 zu viel. Bowser fällt. Oh! Oh, man hätte ein bisschen mehr abgesagt. Kommt da nicht hin, ey. Oh. Das wird doch alles nix, ey. Ne. Ist schon kack, ne? Ja. Ja. Der Affe, ey. Das ist echt... Aber er ist schon wieder rot. Ah, 16 Stück, ey. Selbst die 15 würden nicht reichen im normalen Spiel. Scheiße, hätten wir eben ein normales Spiel gehabt, hätte der... Die hätten ihn so locker runterbekommen jetzt, ey. Aber... Tauzin hat uns reingerissen. Davor hätte er jetzt... Er hätte dann ja quasi... 30 Münzen weniger, oder nicht? Ja. Scheiße, ey. Versehen. Aber da kann er wieder auswägen, glaube ich. Er kann aussehen, wo es reingehen soll, ja. Wir können gar nichts nix haben. Wer denn überhaupt? Hä? Wer denn überhaupt? Doki kommt wieder. Achso. Der macht dann alles richtig, ey. Wahrscheinlich. Der weiß ganz genau, wo er reinpacken muss. Weil er ja scheiß Computer ist. Die wissen sowas. Meinst du? Natürlich. Ne, das sieht nicht gut aus. Also er kriegt's auf ihn... Doch. Oh, ist das lächerlich, ne? Das ist so lächerlich. Oh, ist das lächerlich, ey. Das ist wirklich lächerlich. Ach, Gott, ey. Tja, was soll man machen? Donkey Kong, ey. Herzlichen Glückwunsch vom ersten Stern, du Pisser, ey. Pissnase. Pissnase! Zum Beispiel. So, er holt sich den Stern natürlich. Oder ist sein Sturm? Musst du ihn nicht klauen. Nee, ich klauen hier. Ey. Ja, du hast die meisten Münzen. Ja und? Ja, was na und? Wir müssen mal den ersten Platz beklauen. Oh, Alter! Du bist schon dran vorbei, oder? Ich kauf mir einfach. Ich bin schon dran. Ich bin auf dem Feld direkt, glaube ich. Das bringt ja gar nichts, oder? Ich bin eh vor dir dran, aber ist eh egal. Ja, du kannst ja eine Einswürgeln. Ja, dann bin ich doch direkt drauf, oder nicht? Ich glaube ja, ich habe da keinen Weg mehr. Nein, ich kauf mir nicht. Nicht scheiße. Kauf ihm ein, danach klaue ich noch. Das ist ein cooler Plan, ey. Ach, scheiße. Ach, bist du erster? So, damit ist der Varun der Erste da, wo er hingehört. Sag ich mal. Und jetzt geht er nach links oben. Kauf ich mir auch. Erst gehe ich einen Klauen, dann kaufe ich noch einen. So wäre ich nicht richtig gelandet, oder? So viel Geld? Ähm, doch, klar. Aber ich weiß nicht, wie teuer Klauen ist. Wie viele Witzel, da habe ich jetzt überhaupt noch? Scheiße. Das sei nicht, landet jetzt komplett, denn dann passiert gar nichts mehr. Ach, scheiße. Okay, das wird jetzt eng, ey. Vielleicht werdet ihr jetzt schneller sein als ich. Ich glaube nicht. Oh nein, du bist... Vier Felder noch, ey. Na, jetzt muss ich bloß noch richtig landen. Ja. Pssst. Ich hasse sowas, ne? Glückscheiße. Nein! Oh, du hast aber als Chance-Time hier. Oh, da kann jetzt einiges. Hier kann man einiges... Den ersten kann man noch relativ gut steuern, aber die anderen beiden, die laufen dann so schnell. Da muss man überlegen, was will man? Will man sich erstmal... Ja, keine Ahnung, was man will. Oh nein, jemand muss sterne. Nein! Oh nein, Yoshi schenkt seine Sterne, den Affen. Das ist so schlecht. Oh, bitter, ey. Oh, das Feld ist so assig, ey. Am Anfang geht's ja auch nicht, außer ein paar Münzen vielleicht, aber... Ja, echt, ey. Bitter. Oh, das ist so schlimm. Oh, komm, die Tränen. Oh, Alter. Fahnenwirrwarrn. Oh nein, der Toil, der mich verdrückt, ja, letztes Mal. B und A, ne? Ja. Das ist immer böse, wenn er beide Fahnen ruft. Der weiß ja gar nicht, was du machen musst. Ja. Oing. Das ist mir gestern passiert. Oh, ich bin halt so schlecht, ey. Das ist so bitter, ey. Na, kann passieren. Halt die Fresse, ey. Ah. Okay. Sag ich doch. Ja, dankeschön. Zack, Donkey Kong. Ciao. Und ein weiteres Spiel, was Mario gewonnen, äh, gewonnen, gewonnen konnte, hä? Gewinnen konnte. Gewonnen könnte, haben. Tut. Gut. Donkey Kong ist übrigens erster, dank meiner Versagung. Ja, aber sei froh, so kann ich demnächst keinen Stern mehr klauen. Ach, das wird doch ja super. Ja, oder? Damit Donkey Kong erster im ganzen Spiel ist. Ist das denn nicht Donkey Kong jetzt was klauen? Dann kaufe ich mir noch einen. Du bist so reich, so ein Mensch der Welt. Oh nein, wie er der Stern erinnert sich. Oh, das ist gut, das ist gut. Ich bin ja schon auf der Insel. Vielleicht, man fliegt jetzt in die andere Richtung, oder wie? Irgendwo anders hin auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Irgendwo in die andere Richtung, also andersrum. Das kann sein. Vielleicht, du fliegst gleich sozusagen zurück. So, decay. War das schlau? Das war schlau. Jetzt darf ich noch keine Münzen verlieren, gleich. Ich kann schon mal, ich würde schon mal sagen, Yoshi gewinnt ich mir nicht mehr. Ja, aber Yoshi kann doch nichts dafür. Aber du fliegst wenigstens weit. Ja, zurück. Ja, sieht ganz so aus. Was heißt, ich habe alle Zeit der Welt. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Oh nein. Was willst du jetzt noch, wenn wir haben? Deine Münzen, oder? Oder du tauschst jetzt die Sterne mit mir. Das wäre natürlich das Highlight für dich. Okay, Münzen. Oh, komm schon! Ja, das ist okay. Das finde ich gut. Oh, ist das schlecht. Ich wollte eigentlich ein Sternfeld haben, oder? Hat die Wortmünzen? Na, 24. Sehr schön. Oh, also Yoshi, also... Sprachlos. Mit deiner Güte. Die hat kein Ding, ne? War hier alles extra? Ja. Weil du ja sonst immer verlierst. Ja, natürlich, klar. Das ist davon nicht bekannt, dass ich gegen dich verliere. Ja. Du stellst ja auch nur die Sachen rein, wo du gewinnst. Das ist ja immer das Ding. Ja, das halte ich für eine Lüge. Das halte ich für eine ganz böse Lüge. So, alle gehen in den Haken. Oh nein, jetzt sind wir beide, die weglaufen wollen, ey. Ja, das ist bitter. Ich laufe extra zu dir. Jetzt ist jetzt Peach die Gewinnerin, ey. Ja super, was machen wir denn jetzt, ey? Ich springe zu dir, absolut, du stirbst, ey. Jetzt springe ich weg. Ja! Nein! Das kommt doch nicht erwischt, ey. Wie ist der denn geflogen, ey? Ich dachte, ich bin hundertprozentig tot. Leider gibt's kein Replay. Geil. Aber egal. So krieg ich dann plus sieben, weil er noch zwei normale hatte, ne? Genau. Okay! Aber das macht überhaupt nichts. Ich hab immer noch locker genommen. Der kann sehr weit. Dank deiner Spende, sonst hätte ich jetzt nicht genommen. 30 Münzen weniger, wäre ich bei 19, ey. Ach, wie bitter. Das ist so schlecht. So, der dritte. Das Sterntauschfeld, los, komm. Ja, Alter, dann, nee, dann mach ich mich, nee, weiß nicht, dann mach ich auch, ich versuch erst mal was mit Münzen zu machen. Wenn ich aus dem Feld komme, damit ich erst mal Sicherheit bin. Oh, bei Fahrzeuge, also jetzt. Also das ist schwer, also das erste Feld ist auch schwer, weil das immer zufällig ist. Das ist kein Ablauf, der da kommt. Doch, natürlich. Nein, nein. Echt nicht? Nee, ich hab geguckt eben. Ja, dann wüsste ich auch nicht, ey. Dann würde ich mich erst mal direkt versuch... Ja, das ist, was du willst. Reiner Zufall, der Scheiß. Ja. Aber jetzt seid ihr natürlich mehr so näher dran, ich bin jetzt ja am letzten Feld im Platz hier. Ja, und? Ist trotzdem gleich, der. Ja, aber... Vor vier. Kanoneninseln, ach, das ist... Muss man auszweichen oder so? War das jetzt? Ja, genau. Kleine Peachinsel, da. Bewegen. Bewegen und springen, brauchen wir nicht. Aber ich spring lieber nicht, ey. Also spring du mal wieder auf meinen Kopf, dann kannst du ja runterspringen, ey. Oh, das ist echt klein, ey. Oh, Alter. Oh, Junge. Können wir mal werden abschalten. Alter, hier ist hier ein Platz für uns alle. Geh mal einer runter jetzt. Langsam wird's ein bisschen viel hier. Leute, Leute, Leute. Leute, geh runter, da. Ey, irgendwas zu viel. Wenn alle gewinnen. Oh nein, Hilfe. Nein. Wer gewonnen ist. Das sind super. Ah, super. Das ist doch wieder ein geiles Spiel, ey. Das ist ja langweilig. Oh, super. Ich glaube, das müssen schwerer werden, dass noch Blitze oder sowas kommen. Das geht mal.